jetzt wahrscheinlich auch, weil Marco seine auch ist. Scheinschwanger. Achso. Nein, ist es doch gar nicht. Spielen wir ranked? Ja. Ah verdammt. Naja nur so nur so alles gut. Dann muss ich mich ja konzentrieren und so. Ja. Und du darfst nicht so ein Arschloch sein. Okay. Darfst Arschloch mäßig Torte machen Okay Dann bring ihm mal rein Marco Oh Gott, da fragst du den falsch Dann bring ich ihn rein Da fragst du den falsch Ey Bitte Oh, zu hoch Schön Oh, ich bin tot Ich bin ziemlich weit weg Kai muss regeln Ah, schlecht Ich bin hinten Bring rein Ich bin tot Krass, gerade das Boostreinsack Und genau auf der Seite Schön, schöner Spin, Daniel Ja, ich weiß Hier, mach das Tor Nein, der holt ihn Ich mach, ich mach, ich mach Okay Nein, ich mach nicht Ich muss weg Fuck Er hat erledigt Oh, guckt euch den schönen Flug an Hätte ich durchgehend geboost, hätte ich ihn auch reingebracht Aber nein Und der schiebt jetzt die Schuld auf mich Ja, der Typ hat mich geschubbt Ich hab ihn aber gar nicht berührt WSS WSS, Eddie, was ist WSS? Ach, Marco und seine Clan Weißt du, das ist auch Irgendwas wilder Strauß oder so Okay Ich weiß nicht Bring ihn rein Ich hab mit jemandem gespielt Und der hat mich eingeladen Ich wusste nicht, was das heißt Ich hab einfach angenommen Hab ich Sehr schön Bring ihn rein Oh Drecksau Leider wird das nix Ihr könnt beide angreifen Schade Ich hab's versucht Ich auch Marco, greif an Oh, kriegst du ihn hoch? Nein Schade Mach das, Alter Moment Oh, gefährlich Sorry, mehr konnte ich nicht machen Alles gut, hast du Hast geholt Jawohl, easy Drei Leute ausgenommen Den ausgenommen Den zweiten ausgenommen Und den dritten genommen Marco musste nur noch Westform Leben genimmt Schön, dass ihr da beide kuschelt Ein bisschen zu hoch Nicht für Marco Hast du's gespürt? Ja Hat's dir gefallen? Oh, ja Duft, duft, duft Oh, locker Und, äh, ich geh Okay Aha, ich bin schnell Ich bin ein Marco Ich hab den Kajak voll kackt Weil ich Oh, der kommt dran Ja Tor ist fast frei Äh, wieso fliegen wir alle? Das ist gefährlich Also ich war vorne Oh, der ist unfähig Ich war vorne Irgendwie alle vorne Ich war, ich hab die Vorlage gemacht Hallo Ich hab versucht, ein Rein zu machen Ich hab auch versucht, ein Rein zu machen Ich hab ihn reingemacht Vorlage Das war ganz nice Damit hat er auch nicht gerechnet Der hätte nur zweimal springen müssen Der Idiot Was ein Loser Was ein Loser Ich hätt's auch verkackt Oh, hab ich Oh, scheiße Boosnet bekommen Ach ja, komm Ich darf doch nicht GG Easy schreiben Nein Ich hab gehört, die haben gelieft Ja Ist da alle weg? Darf ich jetzt GG Easy schreiben? Nein Darf ich GG schreiben? Da ist nur einer weg Oh Ich hab sowieso immer Musik im Hintergrund laufen Nur ich merke ja, dass hinter der Musik noch andere Musik läuft Seit wann hat Rocket League Musik? Weiß ich nicht, seitdem man sie ausmalen kann Vielleicht Voll Season 2 Das ist ja Bullshit Ja, aus dem Ich bin im Tor Okay Oh Oh, alles an Dreckzack Okay Ich hab jetzt mal schön alleine So was Der da auch macht Fliegen Ah, schlecht Komm wieder zurück Mago, kriegst du? Ja Okay Yes Bitteschön Wie, bitteschön? Teamwork Vorlage Vorlage Vorlage, ja, warum auch immer Guck Guckt euch mal eine Punkte an Ich geh Marco GG Marco, ruhig Ich hab ihn rechts Ich bin rechts Okay Ich bin immer noch rechts Ja, hier Ui Okay Okay Jetzt sind da Jetzt ist Marco wenigstens passend Ego ist Ich bin im Tor Ihr geht beide zum gleichen Boost Das ist nicht so smart Ich hab zwölf Punkte, Leute Ich bin wieder in the game Okay Daniel, es wäre gut, wenn du nicht da hinspringst, wo ich die ganze Zeit schon bin Ich bin links Ja, kein Boost leider Äh, okay, hat mich voll verarscht Hier bitte Okay Marco Zunächst so, als ob du ihn gemacht hätt Wie ich den gemacht hätt Oh, das ist doch Oh, okay Das wird knapp Da ich Daniel jetzt kenne beim Spielen, weiß ich jetzt, was ein Ball chaser Oh, what the fuck Okay, damit hab ich mal null gerechnet Wer hat die Vorlage bitte gegeben? Ja, weil der jetzt 48 Punkte hat Okay Nice goal 48, ich hab gedacht, ein Tor gibt 100 Danke Okay Geht nur hoch, direkt klären Nee Bruh Was? Also, ganz ehrlich Damit rechne ich nicht Ja, aber wenn wir zu dritt sind, kannst du ruhig damit Okay Ich weiß ja, dass du vorne Oh 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 Schön Okay, schöner Pass Schöner Pass, Marco Auch wenn es nicht so geklappt war Über 100 Punkte War das so geklappt, Marco? Natürlich war es so geplant Hier, zu Daniel Nee, aber der war viel zu locker Das war bestimmt nicht geplant Ah, über 100 Punkte Ich bin zufrieden Okay Okay Danke Daniel Boostless Kann ich gar nicht verstehen Nee Wie mir jedes Mal nach dem Pinchen beiklaut, ey Ja Irgendeinen muss ich halt balken Bin hinten Nee, ich greife an Oh, what the fuck Schade Bin links Ich greife an Vorlage, bitte Ja Ja Ich bringe rein Ja Ja Mein muss Nein, der muss ran Ja, du Warum hast du es verkackt? Ich versuche ihn rein zu bringen Ich habe verkackt Nein, hier hin und her Nein, hier hin und her Ja Nein Nein Oh Oh Scheiße Nett damit gerechnet, dass die treffen Mhm Bitte Treffen nichts Ja, war gut Treffen nichts, aber das haben sie dann gemacht Oh Oh Okay Unangelt What the fuck Hab ich Ne Leider keinen Punkt Ist er verkackt Zweiter verkackt Leider nicht Oh Oh Sorry Gut gemacht Gut gemacht Sehr gut gemacht Geben die mal mit Geh auf die linke Okay Probieren zu passen Nö Ja, verkackt Äh Äh Die hätten ihn fast gemacht Irgendwie Kann jemand fliegen? Oh Das wäre so schön gewesen Schade Ja Oh shit Fuck Daniel, Daniel, Daniel Okay Mit dich? Ja, nimm Yes Oh Schön Danke, Vorlage Hey Dass er den geholt hat Prospekt Dass er den geholt hat Prospekt Puh GG Irgendwie spielen Anscheinlich spielen die ganzen netten Leute 3 vs. 3 Ich hab noch nicht gewusst, dass bei 2 gegen 2 alle Toxic sind Das sind die, die deben dientdet deficits Sie aussehen? tre hält